Warum machst du eigentlich immer noch so ein Gesicht? Du bist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Vorwegen. Alle haben gemerkt, dass ich noch nie in meinem Leben Hummer gegessen habe. Selbst wenn, das ist doch noch lange kein Verbrechen. Nein, aber die große Lachnummer. Hast du das Dummchen gesehen, das Alexander dabei hatte? Also bestimmt isst du nur Fritten mit Bratwurst. Das bildest du dir bestimmt mal ein. Ach, die haben mich doch angestarrt, als käme ich von einem anderen Stern. Niemand hat dich angestarrt. Dann haben sie mich eben links liegen lassen. Kommt doch eh aufs Gleiche raus. Ich hätte gar nicht erst mitkommen dürfen. Aber du wolltest ja unbedingt. Dabei kenne ich mich gar nicht aus mit diesen komplizierten Menüs. Blödsinn. Und warum hast du mir dann deinen Teller untergeschoben? Weil ich dir helfen wollte. Das lügst du auch noch ohne rot zu werden. Dann gibst du doch wenigstens zu, dass du dich meinetwegen geschämt hast. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Auf normale Argumente reagierst du ja ohnehin nicht mehr. Das sind ja tolle Aussichten für später. Ich bin verzweifelt und du?